Hallo, herzlich willkommen! Andreas Strienbacher, Person-Trainer aus Karlsruhe. Web-Shop-Besitzer-athletik-sports-food.de, Lagengeschäft, House & Fitness Store in Karlsruhe. Einen ganzen Arm voll an super Supplementen und zwar für Niklas Moser. Niklas Moser, du hast einen Glimmzug-Wettbewerb gewonnen mit 28 sauberen, korrekten Glimmzügen. Und somit hast du dir die 250 Euro Einkaufsgutschein gesichert. Die Ware ist schon unterwegs zu dir. Alles, was das Herz begehrt, ich weiß gar nicht was, alles, Becerum, Lipo 100, Carnetine, Tyroburn, Greagenic, alles die ganz feinen Sachen für 250 Mäuse. Das ist ein Haufen Zeug, das reicht ein Weilchen. Ich denke, ich werde die nächsten drei, vier Mal nichts von dir hören, weil du ausgesorgt hast. Nicht vergessen, der Ali Khan bekommt noch seine Ware und der Ruslan. Ruslan, du hast auch noch einen Einkaufsgutschein für deine Leiter zu spät abgelieferten 31 Glimmzüge. Hiermit möchte ich mich auch noch bei Ruslan in aller Öffentlichkeit entschuldigen. Ruslan, es tut mir leid, dass ich dich bzw. auch viele andere dich bezichtigt haben. Du würdest schummeln, aber dein Videoclip, den du eingeschickt hast, der war qualitativ und auch regelkonform nicht so, wie es sein sollte. Und es sah schon recht seltsam raus. Nichtsdestotrotz, wir haben uns geirrt und Ruslan hat dann etwas später einen wettbewerbskonformen Clip eingesendet. Und auch er bekommt einen Gutschein von 155 Euro, Einkaufsgutschein für meinen Webshop atletik-sports-food.de. Und Ali Khan, der hat 50 Euro von seinem zweiten Platzgutschein für Russland bereitgestellt. Und das finde ich mal einen richtig geilen Zug. Danke dir, Ali. Das war's. Bis bald zum nächsten Wettbewerb. Andreas Dienbacher, Persontrainer aus Karlsruhe. Uah! Deine Fitness ist meine Aufgabe.